Yeah, endlich beendet. Gemäldekollektion Baby Glass Paintings zeige ich gleich. Hier liegen die und jetzt müssen die trocknen. Sehr lange gemalt. Wie gesagt, erste Etappe, zweite Etappe, dritte Etappe und endlich beendet. Jetzt werden die trocknen. So sieht es aus, wenn ich arbeite. Hier sind meine Pinsel, die Farben. Das ist Rest davon. Ich habe schon viele Gemälde gezeigt letztes Mal. Sie waren fertig. Ich zeige die besser jetzt nicht, weil ich habe so eine, ich gehe jetzt ein bisschen frische Luft atmen. Und dann starte ich noch eine Kollektion. Ich bin noch nicht fertig. Ich meine, mit diesen Gemälden fertig. Jetzt kommen die anderen. Am besten mache ich gar keine Pause. Ich male weiter. Ich sage dann irgendwann Bescheid. Ich mache bis geht nicht mehr, bis geht nicht mehr. Die Gemälde, Link oben im Profil. Glasgemälde und viele, viele andere schöne Sachen.